heute ist mal wieder ein schöner sonntagnachmittag schrägstrich abend bei dem wir hier die idyllische landschaft genesen hier sehr entspannt auf jeden fall wo was war denn das ein killer stock noch mal kleine starten wir haben nach langer diskussion uns für einen anderen namen entschieden und zwar ist unser name jetzt auf jeden fall unser neuer name ist jetzt dope digger und heute starten wir die erste serie unserer langersehnten youtube reihe ok jetzt habt ihr unsere namensinstimmung auch miterlebt schön unter fahrrad fahren wie man halt so business meetings macht so die leute ich habe gerade noch was entdeckt kommt es mal mit hier wachsen eiskalt bananen ja wir sehen hier wunderschöne brennnessel was gibt es hier noch so alles oh da ist ein fetter baum alter das schaut ja aus wie der stab von hodor naja sehr idyllisch aber irgendwie habe ich ein bisschen hunger ja ach schauen wir mal rum vielleicht finden wir einen rei oder sowas oder bären sehr appetitlich auf jeden fall hier sind aber schöne blumen aber wo sind hier die bienen wir sind hier am meer an der südsee schön freihändig Fahrrad fahren und fast auf die fresse fliegen und ja wie ihr wahrscheinlich hört ist der meereswind sehr stark hier genießen wir nochmal die letzten sonnenstrahlen dafür haben wir auch eine sehr schöne straßensperrung aufgebaut ich hoffe ihr lasst uns alle ein abo da und die glocke sowieso nicht denn wir sind eigentlich richtige youtube stars und wir machen hier gerade unseren fake account also ja lasst uns einfach ein abo da o so Bis zum nächsten Mal.